Die deutsche Truppe in Lützebüch In Lützebüch fällen die deutschen Truppen in Lützebüch an. Nicht nur in Lützebüch, auch in Belgien, in Holland und natürlich in Frankreich. Zu Lützebüch ist eigentlich kein militärisch geistig. Das ist nicht möglich, weil wir weder die Armee, die das kennt, noch offen für das machen, so dass die Invasion von Lützebüch eigentlich an einem Tag rief. Die Invasion, die eine ganze Reihe Konsequenzen hat, unter anderem könnte dann der Grenz zu Frankreich zu kämpfen, weil die französische Truppen auf Lützebüch ein Terrain für die deutsche Zurück schlagen und auf der anderen Seite sind eine ganze Reihe Leute, die das Land verlassen, die die Flucht gibt. So, Serge Hoffmann, was aus dem Dach passiert, wie ist das für sich? Ja. Wo ich meine, du hast ja schon gesagt, wo mein Früh, kurz vor 5, sind die Dachsgruppen zu Lützebüch angezogen, und natürlich sind die Wart Muselgänge, die Wart Sauer, und ihr Ziel war natürlich Richtung Süden, in Minetskirchen und Respektiv gestärkt, für die zu besetzen. Und ein von den Zielen war natürlich auch, für die verschiedenen Stroesskarafuren am Süden vom Land zu kontrollieren, und dafür haben unsere sogenannten Fiesler-Stürche, das wir vom Luftlandkommando hatten, das hätte ich uns auch gesagt, das wären da eigentlich 25 Stürche, die auf verschiedenen Plätzen am Süden vom Land gelandet sind. Alle Stürche haben ungefähr eine Besatzung von 5 Leute, es wären also im Ganzen plus oder nur 125 Soldaten, die an den Fiesler-Stürchen sitzen. Und das habe ich Viertel gesagt, die hatten also als Ziel, für hauptsächlich Steisenkunstlinien am Stroesskarafuren am Süden vom Land zu kontrollieren. Da sind zum Beispiel zwei Gruppen von Fiesler-Stürchen, die sind in Richtung Beeteburg-Friesing geflogen, zu einer Gruppe in Richtung Niederkirchen und Zolva, und die letzte Gruppe in Richtung Fiesler-Stürchen, die sind in Richtung Fiesler-Stürchen und Stürbrikke gelandet. Wie ich so tun, das Ziel war also die verschiedenen, wichtig Stroesskarafuren zu kontrollieren, wenn ich nämlich ein Französisch geschehen offensiv zu verhindern, ihr wisst ja, dass die Demos die französische Truppen auf Hanata, Maginot, Linnlochen, und natürlich von da aus auf Lützeburger Territoire geschossen wurden. Sie haben also die Soldaten, die von Fiesler-Stürchen rausgekommen sind, die haben also überall Stroessperren aufgestalt, für zu verhindern, dass die weiteren Trafiken Richtung Frankreich gemerkt haben. Das war also die Situation, wie sie Demos wurden. Ja, ich werde mal zu rechnen, dass die französische Truppen auf den Lützeburger Terrain gehen, die für vier drängen. Ja, ja, da gibt es auch Geschichtsmengen, wenn man sieht, zum Beispiel einerseits die Situation zu Esch, da sind nämlich zum Beispiel, gegen Erdogan Meues sind die echte französische Truppen von etwa der Regiment der Kavalerie Leger, vom General Pétier, die sind, Meues gegen Erdogan, sind die zu Esch anmarschiert. An kurz eine halbe Stunde nur, das ist gegen Erdogan drüssig, sind die echte motorisierte Patroullen, deutsche Patroullen auch an Esch angedrungen. Aber wie Sie gesehen haben, dass die französische Truppen da waren, haben sie sich zurückgezogen, in eine solche Richtung, Norden von Esch. Und sie wurden natürlich, die Franzosen wurden, wollten natürlich verhindern, dass die Preise der Schweierindustrie, der Stuhlindustrie, eben besetzt sind, zu Esch an zu Schöpfling. Und da haben sie von der Maginoline, haben sie Granaten auf Esch geschossen. Und das war also die Situation, ich meine die militäre Situation, dass sie ein neues Freigängnis auf Erdhaven nehmen. Und wie das geschieht, als wir den Escher Chefverbot und den Bürgermeister überklingen, wir sind zusammengekommen mit den französischen Militäautoritäten, die nicht in solchen Jahren zu Esch waren, und dann haben sie den Beschluss, für die Bevölkerung zu evakuieren, eben weil sie zu zerstören und kommen zuerst in ein paar Heisebombardeier gehen, und wir verhindern, dass die Bevölkerung zu viel daran leidet. Ich muss aber auch sagen, dass schon viel drin, dass schon die Gemeindeverwaltung auch schon ein Plan d'Evacuation, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, ich war in 30 Jahren, ob jemand gestaltet wird, um hier zu gucken, wie sie so schnell wie möglich die Bevölkerung evakuieren könnten. Das hat aber auch nicht mehr in der Weise gelungen, weil es sind ein ganz paar die Leute, die sind einfach panikärdig, sind sie fortgelaufen, ihre Heise zerstört, die sind. Aber es sind aber auch andere, nur durch die Evakuation, über den Evakuationsplan, sind sie aber auch normal evakuiert. Weil es ist aber auch so, dass das schon direkt in der vom 10. Mai, da wird die Escher, die Escher Verwaltung, wird aber auch schon, für diesen Mal freien Erkaner evakuiert, weil die am ehesten ein Gefahr wären, an den 1. Mai, sind ungefähr 26.000 Abwohner von Esch, sind Richtung Frankreich evakuiert. Also ausgemärmerte französische Militärabilitäten, die sind in Frankreich zu evakuieren. Da wären aber noch ein paar Leute, die nicht aus ihren Häusern wollten rausgehen, die sich wahrscheinlich nicht so bedroht gefühlt tun. An dem Sinne, aber durch den 14. Mai, sind ungefähr 2.000 Abwohner von Esch, sind praktisch zwangsartig evakuiert. Nämlich, nachdem die Preise hatten, den 13. Mai, hatten sie Esch total, total deserbt und dort sind der Tonneau, sind also die Leute, sind also die Leute evakuiert in Frankreich. Das war die Situation zu Esch. Die Situation von Esch, als es plötzlich an anderen Ortschaften am Süden vom Land auch rumspiechelt, man merkt, dass eben verschiedene Ortschaften Richtung Süden, der Tisch Richtung Frankreich evakuiert gehen, an einer Ortschaften echter an den Land ran, an der Stadt, auch von dort aus den Tischflug evakuiert gehen. Ja, zum Beispiel, ich will nur noch ein paar Beispiele, ich höre zum Beispiel, von Diedling, Hohelern, Diedling, das Gräzow, die hat ja auch eine wichtige Stolindustrie, diese Gräzow, die war ja auch direkt auf der Grenze, und die sind natürlich auch von der Marino-Linn, von der Franzosen, Bombardeiert gehen, und auch da sind ein paar die Häuser beschädigt gehen, und dann sind sogar viele Leute, auch zu Diedling gekommen, und da wäre besonders, da, wo es ist im Quartier Italien, die waren besonders bedroht zu Diedling, weil die direkt bei der Schmerz gewohnt haben, und die sind auch halb über den Kapps, in der sie nach Frankreich geflüchteten. Und nur diese bombardementen, als auch da, und auch dort die französische Armee, da wurden auch von Diedling abgefordert, um so schnell wie möglich nach Frankreich evakuiert zu gehen. Dann wollte ich zum Beispiel die Situation zu Diedling, da wäre, ich habe viel gesagt, da wären die Fiesler Störche, die wären bei Zolva gelandet, also mit weg von Diedling weg, und die haben dann noch direkt die Preiseunitäten haben dann noch direkt die Störche Richtung Diedling kontrolliert, während die Franzosen waren aber ein paar Stunden mehr spät, und die haben den Weg zu Diedling von Diedling und die besägt. Gleichzeitig sind sie auch von DOS, die von der marginalen Linie aus sind sie stark bombardiert, eben noch viel zu verhindern, dass die deutsche Truppen gehen von Diedling komplett anruhen. Die Population ist auch in dem Moment der Panik geworden, zu Diedling und zu Diedling und dort sind auch ein paar Leute schon direkt am Aufhang von Diedling von Diedling nach Frankreich geflüchtet. Und auch die selbe Schloven, die sich um 10. Mai feiert sich, die Diedling von Diedling und die Diedling von Diedling haben auch die Diedling von Diedling veranstaltet entweder nach Frankreich Richtung Diedling zu gehen und evakuieren zu gehen oder sich den Dach selber in der Galerie von Diedling von Diedling von Diedling zu verstoppen und vielleicht das zu verstoppen und dort sind dort noch Plötzenburg in der Stadt evakuiert. Es waren ungefähr 1500 Abwohner von Diedling von Diedling die nach Frankreich gezogen sind an ungefähr 3-4000 Abwohner von Diedling die sich in den Galerien verstoppen und ich wollte auch noch sagen natürlich dass die Leute von Diedling die sich auf die Plötzenburg auf den Weg haben, unter Kontrolle der deutsche Armee als das geschieht. Dann habe ich auch noch die Städte von Diedling und auch da sind die Echtfiesler Stürcher gelangt bei der Zellula und Möscheläger am Haivert besonders Ziel für diese Bundeslin Richtung Diedling zu kontrollieren aber auch Strossenet besonders Dreikanten Stross zu kontrollieren. Zur selben der Zeit wie die Fiesler Storch zu Beteburg gelangt und das sind auch schon bei Friesern gelangt weil das ja auch eine wichtige Stross war vom Tag Stross von Diedling und da sind auch gelangt wir können die Stross zu kontrollieren. Zu Beteburg sind ebenfalls von der Maginoline ein ganz paar heiser bombardiert und es waren noch ein paar Däutige oder fünf Däutige zu beten und sind natürlich die Häuser zerstört gehen besonders an der Escher Straße aber auch um Delfeldseck. durch Delfeldseck zurückzukommen wo Leute evakuiert sind schon abgeschnitten Die meisten Abwohner von Esch, Diedling, Bierles und Römmling sind auch Frankreich evakuiert gehen Während Däutige von Däutige von von Däutige von Däutige aus Richtung Zentrum respektiv an den Norden. Däutige Däutige war es chaotisch zu Hause. Ich meine, wenn ich zum Beispiel die Wirtschaften, die ich in der Vierde nimmt, die bombardiert sind natürlich ein ganz Partei Leute, die sind zu faust. Die sind hier im Gepäck oder ins Auto und sind fortgerannt Richtung Richtung Stadt. Die Mäste haben aber auch Evakuationspläne wo die Leute sich auch großartig halten. Wo die Strasse Leute zusammen von denen an den Strasse und dann sind sie zusammen mit den deutschen Autoritäten die haben dann geschaut für Busse nach Camions zu rekrutieren und Zwangs zu rekrutieren sind sie dann an den Stadt gekommen. Wenn ich die Ziele schaue, da sind ungefähr 47.000 Personen Richtung Frankreich via Wormring oder Tisch an Heising an Reiding evakuiert gehen an ungefähr 45.000 Abwohner das ist praktisch die selbe Zahl in Richtung Stadt und nur Zentrum an den Norden evakuiert gehen. Das wären ungefähr ein Drittel der dem der der Bevölkerung war schon ein stadtlich Zorn. Da muss ich auch bedenken, die sind nicht über eine Periode von zwei bis drei Ds vorgelegt. Ja, genau. Wen hat diese Idee dass die eine Richtung Frankreich gehen und die Richtung Norden? Hast du einen Plan der Hammert gewählt oder hast du dazu Sorgen? Das wird teilweise von der militärischen Situation aufgehängt. Zum Beispiel hier wie zuerst wo französische Militär direkt präsent war am Zentrum die haben Kontakt mit den gemengenautoritäten aufgeholt und die haben das gesorgt für Frankreich zu gehen. wie Erna Ortschaften z.B. Lovibete oder Peiting ebenfalls da werden preisen hier noch präsent an denen ausgemessen mit dem Land. Die meisten Lützböger wurden durch die militärsituation nach Frankreich und die anderen innerhalb des Landes. Natürlich auch nicht nur nur zu Lützböger zu bleiben. Mein Papa von Peiting aus dem Norden evakuiert. Das ist einfach die zwei drei der meint, die vorderst zu Lützböger in einem Umfeld die ich kennt, aber Leute, die ich kennt, aber Leute, kennt, weil Familie in einem Land zu verbringen und nicht mehr einfach ist. Ja, wo ihr natürlich die vier Leute in Spruch schwärzt trotzdem. Ja, ich meine, ich komme nach 8 Uhr zurück. Die Exilregierung versucht zu machen, die französische Regierung muss es aber so ist relativ gut auf Frankreich. Wie hast du konkret Viergang? Wie hat das funktioniert? Wie Wie sind Leute gegangen? Probleme werden? Also zu Beeteburg zum Beispiel sind Leute in der Dauer sind sie fortgegangen. Ich meine, es sind die Flüchtlingsgruppen wie ich gesagt habe, die sind zu Faust gegangen oder sind mit dem Velo gegangen, mit Gepäck, mit dem Auto. Und dann die natürlich versucht, sich Richtung Stadt, Richtung Normen zu gehen. Und da ist schon die Probleme zu Beeteburg gegangen, weil die Lützbäuer Strauss, wenn sie bombardieren, ich habe ja viel gesagt, da sind zum Teil sechs die Bomben gefallen, die konnten also die Lützbäuer Strauss nicht gebrauchen. Wenn sie ein bisschen ausweichen, da sind sie über Obler Richtung Leitling und von da aus Richtung Stadt. Und da werden andere Gruppen von der Peppinger Strauss Richtung Reiser Banngänge über Kraut, Reiser, Hesper, Hohwald, die sind so erblickt, ob man Städte Lützbäuer durch kann. Was witzig wäre, dass der Demut schon zu krauten, wäre schon Ausweiskontrolle. von der Deutsche Feldschondammarie. Und da sind anscheinend, ich habe gelesen im Rapport an den Beethoven- Gemengen- Archiven, da sind anscheinend schon als gefreut gehen, ob kein Jüder Bayern da wäre, schon direkt ein Zehngel mehr. Flüchtlinge. die Einst Flüchtlinge, also die sind so wen Zwoauern, sind die an der Städte gelandet. Die sind auf zwei Gruppen verdient. Die einen, die sind auf der Städte und auf der Erler Straße gekommen. Und die Erner, die sind um Helge Geest, wo laut Palettische Justiz aus, die sind da unterbrochen, da wäre nämlich tätkortier vom Flüchtlingskommissariat nach dem Kapitän Alois Jacobi installiert. Das waren also die zwei Plätze, die Leidmau verdient hin evakuiert gesehen. Und das war auch auch verantwortlich für Flüchtlinge bei Familien an Schulen hinzubringen. Kurz vielleicht war die Verwaltungskommission vor. Es war ja so, dass sich als Regierung zusammen mit Großseizurin an Deutschland, nach Frankreich geflüchtet und darüber hin, als Verwaltungskommission noch beendet gestalten in den Fernseher Beamten, die schon kurz vor dem Krieg ernannt werden, am Fall, wo die Regierung hat nicht fortgegangen, die normalen Verwaltungsgeschäfte zu verholen. Die werden auch zuständig für die Flüchtlingsprobleme. die meisten betebrüller Leute sind für die Schulen zum Beispiel an der Industrie in Lampertsberg respektive bei der Familie ist die Leute die am Norden sind bei Familien an der Stadt aber auch an der Gegend. Die Leute sind schon bei Familien angekommen und hier geblieben. So kann es so in der Betebäuer familie in ganz viele Plätze in der Städte in Hespaar etc. Er war auch bis an der Noord an der Noord an und die Lüften an der Gemengen Archiven zu Betebäuer rumpf kann nicht so dass Betebäuer an ganze Land vertreten werden. Und vielleicht auch ein kurzer Leute gemerkt während ihnen zwei bis drei meint evacuation aus in Lützebüch werden dort sind ein ganz paar Leute die auf den Feldern geholfen haben die Bauern die haben sich nächt zu dienen oder froh dass sie da in Erbäuer sind auch ein Eisbühne anscheinend die Hunde denken an der Stärke mehr dem so zu dynamik evakuation werden auch ganz partie der Menschen vermisst vor und vermisste meldungen hat die den betebäuer gemengen Autoritäten und nur an der Zeitung, während sie vermissten Meldungen für zu gucken, dass die Kleidern an der Familie zusammenzubringen. Ich muss aber auch sagen, dass verschiedene Beetebäuer, die sind aber auch in Frankreich evakuiert. Es war nämlich so, dass die Preise, in denen es den Zehnten mir angefallen sind, sind auch ein paar Beetebäuer, die werden zum Beispiel zuerst geschafft haben, an denen das wieder lief. Es sind auch Leute, die eine französische Nationalität hatten, wie zum Beispiel mein Größpappen, das war französ, denen hat sich auch die eigene Wäsche gemeldet, die hat Gott sei Dank ein Auto und sind ja nur an den Mayen gefahren und sind bis zum Schluss, bis Ende Juli blieb. Wir werden ja nur noch darauf zurückkommen. Die Leute konnten nämlich nicht mehr zurück in Plötzenburg kommen. Die Beetebäuer Leute sind an der Evakuation blieb bis zum 27. Juni. der Text zwei gut gemeint, nämlich den 22. Juni als Amistist zwischen dem Vichy-Regime und den deutschen Militärverwaltungen nach Schriften gehen. Und da konnten, da haben sie dann erst gemerkt, dass Leute zurückkommen konnten. Also sowieso waren die Franzosen, die waren interessiert, dass alle die Flüchtlinge, weil da waren die ja nicht nur in Plötzenburg, aber da kommen auch ganz viele aus der Belgien, von Holland, wo es ja viel zu tun. Die sind ja auch das Land, die Länder sind ja auch in der Fall gehen. Und die Leute sind natürlich auch geflüchtet, nur Süden, das heißt Richtung Frankreich. Und französische Autoritäten waren natürlich interessiert, dass die Leute auch so schnell wie möglich nur mit diesem Giffen zurück an das Land zurückkommen. Das war ein bisschen die Situation von Beethoven. Ich kann euch vielleicht noch kurz sagen, dass die Leute zurückkommen sind, dass natürlich auch Äschtens Malteiser, wo wir gesagt haben, die hauptsächlich am Zentrum zu steuern wären, dass auch anscheinend viel geklaut ging, besonders an den Lebensmittelgeschäften. Mehr die, zum Beispiel Geschäftsleute, die konnten einfach eine Entschädigung herauf vom Kommissar Jahr oder März der Guerre, die schädigten für die Viertel. Also nur um Krieg? Nur um Krieg. Der Wolfgang Worscht-Mensch geht am Krieg Demonten zu machen, vielleicht bei den deutschen Autoritäten für Entschädigungen zu kriegen. Ja, das stimmt. Du hast von den Flüchtlingen nach Frankreich geschwärt. Dann dürfen wir noch nicht vergessen, dass nach hunderttausenden Franzosen auf der Flucht werden. Natürlich. Weil die Frontassio eigentlich, haben die Fluchtbewegung Richtung Süden relativ sehr in Runeau geregelt. Natürlich. Ich meine, ich habe ja gesehen, wie die Dijkstruppen nach Frankreich angezogen sind. Ich meine, das hat geschlossen. Für Frankreich war ja immer drei Wochen lieber. Ich meine, das ist auch ganz schnell gegangen. Ich meine, das sind natürlich auch die Franzosenbücher, die sind natürlich auch dann immer mehr Richtung Süden. Süden, Süden. Das heißt, in den Lützbüchern, in den Belgen und in den Orländern kommen natürlich auch nach Franzosen dabei. Ja. Du hast noch von Beispielen in Beeteburg geschwärt. Ich meine, ich kenne ihn noch nach vielen Beispielen oder so, aber vielleicht einfach ein paar Worte nach Däuferding. Däuferding war ja auch ein hohes Gemeng. Es schadet mir eigentlich vier, du nur geschwärt. Von diesen Dingen sind ungefähr drei bis viertausend Leute sind an diesem Land evakuiert gehen. An zwei Mathelle von den deutschen Autoritäten, die dann noch geguckt wurden für Autobussen und an einer Gefährdung zur Verfügung zu stellen. Die haben sich dann natürlich einfach zwanzig gekürt. Auch von diesen Dingen sind Leute hauptsächlich Richtung Bacharach, Stippeisch und dann auch Lützeburg, an der Stadt Lützeburg gekommen. Und auch gerade so wie die Beetebücher, die eng sind, zum Beispiel mit einem hellen Gift, sind sie vielleicht hingekommen. Da sind natürlich auch geguckt, wo sie von da aus als Kommissarier oder Refugier, die haben da geguckt, wo sie sie hinbringen. Und die eine, die werden dann auch am Stadion in der Burg, immer um eine paar Stunden. Und von da aus sind zum Beispiel die Däuferdinger, da waren da in der ganzen Partie zum Beispiel an der Industrie-Schule, der Lissé des Garçons. Da waren da immer die vierzehnhundert Däuferdinger evakuiert. Das waren da ja nicht ganz wenig. Und die Prodichter nur, also die werden dann in der Stadt Lützeburg auch bei Privatleit in der Burg. Und von da aus sind ungefähr sechstausend. Ab und nach sind da nur ein Bus an die Gegend für Wolz gekommen. Wolz und es ist sauer. Und da sind sie hauptsächlich bei Privatleit in der Burg gehen. Die werden da auch zum Beispiel im Stau bei Inselborn. Und zu Wolz wird gemengt worden, Gemeinschaftsküchen, abgemärkt. Die Leute werden ja alle gut den meisten verpflichtet gehen. Sie sind, wie gesagt, bei Privatleit in der Burg. Und die Leute kommen noch alle gut in Lebensmittelkarten. Und dann mit den Lebensmittelkarten konnten sie dreimal, an der konnten sie dann zu essen. Das war so organisiert, dass die Kinder da an die Schule gehen konnten. An den Kanton Esch. Die Schule werden natürlich da überlehrt. Und so. Ich meine, dass das alles ging. Und da wussten wir, da sind da ganz viele, die auch, wie gerade bei den Bittenbäuer, die zum Beispiel beim Bauern geschafft haben. Oder die auch an der Läu errichten. Das waren nämlich viele Zeiten in der Läu errichten. Und dann haben sie da auch geholfen. Aber gerade so wie Viertel und ich schon gesagt haben, wie du damals das in der Schrift ging hast. Du konnten auch die Däuferdinger leiden. Der 26. Juni rum zurück. Und plötzlich, wo ich komme, zurück auf Däuferding komme, und auch da wären, wie ich schon Viertel noch gesagt habe. Weil ja eine ganze Partie von ihren Häusern, die zerstört wären. Oder wo auch angebracht wird. Für kurz nach Zerstörungen zurückzukommen, ich werde das schon mal geschwärts. Es hat sich schon ein paar Häuser zerstört. Wir sind aber weit weg von dem, wer da nur an der Ardennen-Offensiv könnte. Also ich kann Ihnen nicht so vorstellen, dass komplett hier eine Ruine stehen. Es sind eigentlich Einzelhäuser, wir haben zum Beispiel Blockhäuser, die gut sind. Es ist relativ gut dokumentiert, weil all die Zerstörungen fotografisch festgehalten sind, die sind an den Main-Tourneaux. Häuser, die komplett aufgebrannt sind, sind aber relativ wenig. Also das sind die Zerstörungen, die sich einfach reparieren lassen. Ja, die waren auch hauptsächlich unter dem Schmelz, wo hauptsächlich die Häuser zu stehen gibt. Eine andere Frage, als du siehst, 6.000 Leute die Errichtung Wolz geführt sind, das sind natürlich logistische Rastförderungen auch für die Leute auf dem Platz zu versuchen. Wenn man davon ausgehen, dass tatsächlich aber relativ wenig Bevölkerung das zu dem Moment, ich bin mir sicher, ob Situationen, wo irgendwelche Wirtschaften hier auch von einer Zoll verdäubelt oder vielleicht verdäubelt werden, und wie gehen die Erkenntnisse, wie sie da umgegangen sind? Also ich kann darüber noch nicht so und ich habe darüber keine Recherche gemacht. Das wäre vielleicht ein Thema, an dem ich meist nach von Historikern beleucht ging. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das schon eine Aufwärterung wäre, sowohl auf Privatleit, aber ich meine Leute werden immer selber verlegt. Das sind ja wirklich die, weil da sind natürlich auch Leute an der Scheire geschlafen. Also ich meine, wenn da so viele Bainäe kommen, an respektive Schäulen, die in der Burcht gesehen haben, sie fieren wollen. Das waren doch schon viele. Aber ich habe ja gesagt, dass es nicht nur zu Wolken gewischt werden, praktisch ganz rund um den Stau auch. Zu Inseln, wo überall dort waren auch Plätze, wo Leute hinzukommen sind. Ein anderer Punkt, den eigentlich aus dem Wetzel erklärt hat, rausgeht, war eigentlich, dass der Krieg dort nicht aus heiterem Himmel kommt. Also eigentlich, sowohl die Bevölkerung, wie auch die Regierung, wie auch die Gemengenautoritäten am Vierhaus, eigentlich wussten, dass den deutschen Überfall nicht passiert. Du denkst ja, dass schon niemand anderes ist. durch Evakuationspläne in einer ganzen Reihe Gemengen gemerkt hat. Wenn ich gucke, dass das Ausgangs 930, Zugangs 40, an der Stadt, an vielen anderen Plätzen, Luftschutzgriff, Ausgehöfe gesehen, man kann ja davon ausgehen, dass das eigentlich nicht eine große Überraschung wäre, dass die deutschen Städte nachfallen. Obwohl ich nicht konnte wissen, wie nicht, dass es passiert. Natürlich, ich meine, die Regierung wäre darauf vorbereitet. Ich meine, die ganze aggressive Expansionspolitik von Hitler wird natürlich darauf hingewiesen, dass es auch der Westen, nicht nur in den Osten, sondern auch der Westen gibt eigentliche Überfalle. Und wie es gesagt hat, dass alle Güten, die erblichen, die an der Stadt, die Verteidigungsmuslimen, respektive ob der Musna, ob der Sauer, wo du auch hier schon betons, 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 klotzen, respektive Stuhl, klotzen, dort, auf der Brücke installiert, die sich hier symbolisch will, zu verändern, dass die Däckstruppe rüberkommen, das alles wird von der Piggel gedacht, ich meine, das war ja die berühmte, die berühmte Schusterlin, die Dämonische Merken, nachdem ich mit den Dämonischen Merken komme. Für vielleicht denke ich, um die Evakuation in Richtung Frankreich zurückzukommen, die Leute sind in der Ecke, einfach nur Süde gelaufen, aus der Donau kanalisiert gehen, weil das ist natürlich nicht so einfach, um zu wissen, wo ich in Frankreich hinlaufen soll. Man spricht nicht mehr von der Distanz von 500 Kilometern, die sind wirklich bis zur Südfrankreich, evakuiert gehen. Kannst du da vielleicht ein paar Informationen darüber geben? Ja, ich finde ja schon viel davon erst gesagt, die ersten Flüchtlinge, die sind Richtung Pienne, das wäre Pienne, also ein kleines Dörfer, ungefähr 20 Kilometer von der ersten Wäsche. Und da konnten sie mal für dich noch mal Proviant. Und da muss ich auch schon wissen, dass Pienne schon ein paar die Leute aus der Berger in Holland zu selten Zeit waren. Das war, ich muss euch mal vorstellen, das war schon eine große Organisation. Was noch dabei gekommen ist, dass oft Familien, die schon getrennt werden. Ich habe ja schon gesagt, bei Esch waren schon den 10. März, das sind schon oft die Männer, die Frauen mit der Kammer zu Esch. Und da sind natürlich vermisste Meldungen gekommen, wo die Familien natürlich Probeier tun, für sich rumzufangen an der Präfektur. Und in Frankreich sind solche Lüchten abgestaltet gehen, für die Leute rumzufangen. Für Loewert, wo die Lützebüger hinkommen sind, ich meine, du musst ja schon wissen, dass eigentlich direkt, wie den 2. März feiert sich, die Lützebüger Regierungen an den Exigungen, also Frankreich, wo sie auf Parijs kommen. Da haben sie direkt mal Kontakt mit der Französische Regierungen aufgeholt. Und da haben sie gesehen, wie eine Lesung für die, nicht nur für die Lützebüger, sondern auch für die ausländischen Flüchtlinge, können fangen. Und da haben sie seit Lützebüger überlegt, da haben sie entschieden, für verschiedene Departementen, wie zum Beispiel Cote d'Or, das Gegend von Dijon, oder Tron et Loire gegen Macron, für den Mal aufzumachen für die Flüchtlinge. Und die Refugien, die sind dahinter gefordert gewesen, die sind entweder mit dem Zug dahinter gekommen, die konnten auf dem Zugstieg gehen, oder mit dem Bus, respektive mit ihren Ehren, weil auch Leute, die auch selber ein Auto hatten, und es sind aber auch viele, die mit der Velo und nach vier Uhr gezogen sind. Und es waren sogar so, dass verschiedene Familien, die haben mehr wie drei Wochen gebreit, bis sie auf dem Platz waren. Und wir haben die Französische Regierung festgestellt, dass sie mensch viele Refugien hatten, dass sie weitere Departementen aufmerken, zum Beispiel Tion, ein bisschen mehr südlich, für den Loire, Dallier, und besonders auch den Nero, Nero, das ist die Region für Montpellier, das sind ja ungefähr 1000 Kilometer von Lützeburg-Infern, wo also auch noch flüchtlinge gekommen sind. Es waren ungefähr 25.000 Lützeburger Flüchtlinge, die sind auf Cote d'Or gekommen, an eine Zone in Loire, und ungefähr 8 bis 5000 Flüchtlinge sind an dem Departement des Loire, und auch eine Brüche, in einer verschiedenen Zonen in der Zonen, non occupier. In dieser Organisation, in Berlin, das ist der Arbeitsminister, Pierre Kreia, der in der Exilregierung, chargert, in der Hauptsession der Trifugien von Dijon, das ist der Bekommerein, von Viktor Boltsen, der in der Justizminister, der in der Justizminister, der in der Trifugien, aus dem Süden, in der Gegend von Montpellier. Der Nordwandfunk, per Kante, die werden wir als Chargier d'Affaires, Lützeburger Chargier d'Affaires zu Parais, den es genannt ging als Kommissar für Trifugien, als ein Mission wäre, sich gucken, hauptsächlich für Probleme vom Logement zu lesen, Probleme vom Habitimer, und dann auch für zu gucken, für den Leuten irgendwie Erbnis zu verschärfen, und auch für die täglichen Probleme von den Refugien zu lesen. Ja, da muss man sich dann auch natürlich bedenken, dass ab dem Moment, wo die Leute von Lützeburg zurück, dass da ja dann auch eine Menge riesige logistische Probleme kommen, für die Leute von Lützeburg zurückzukriegen. Mhm. Natürlich. Ich meine, da komme ich ja nur nach Drup, ich gehe vielleicht noch ein paar Wochen zu, in Wiedlützeburg, allgemein in Frankreich, aufgeholt gesehen. Ich meine, wenn ich glaube, allgemein kann ich so, in der Lützeburg ja gut aufgeholt gesehen, in Frankreich, den Hubert Klemmer zum Beispiel, der Burjermeister von Ersch, den heute nur im Krieg, den 5. April, den 5. April, die an der Schamber, etwas Folgendes gesagt, ich kann das vielleicht verlesen, der Schamber, es nicht möglich, dass ich nicht mehr Das ist eine große Werteilung, die stärkere und sinnvolle Werteilung, die wir alle gefunden haben. Ich höre nicht nur die Werteilung des Menschen, sondern auch die große und noble Nation, den Hommage, die uns inspiriert, in der Vergangenheit, 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 in der Vergangenheit. Ich meine, das ist ein von den Thämoniagen. Ich habe noch keine Ahnung, sondern ein Thämoniage von Abwohner von Schofay. Das klingt auch von der Kottdorf, die auch einen Namen kriegt, einen ganz lieben Brief, wo Herr Meister von Schofay geschrieben hat, um ihn für ihn ein Merci zu geben. Ich meine, weil die Mousseau sind natürlich auch Kritik gegeben. Ich meine, wann so viele Leute, wie immer Leva Koei, in der Vergangenheit gesehen, ob Dadlo an dem Centrum d'Hébergement wären, oder ob Dadlo bei Privatleid wären, wo natürlich auch immer Leute geklamiert, wo er den Konfort überlegt. Das war vielleicht nicht immer gut. Oder auch die finanzielle Unterstützung. Ich meine, ich muss ja auch wissen, Dritzbüger sind halt, sie war kaputt, sie sind fortgeräumt, sie hatten ganz oft keinen finanziellen Moyen für sich. Ich habe mich gesehen, ich habe noch das, dass sie nach Hilfe geraten. Zum Beispiel zu L'Odève, das ist ein kleines Wort von Aero, am Süden von Frankreich. Da waren 2000 Litzbüger in Erbrucht, die haben die franzäische Gemengenverwaltung kritisiert, weil sie nicht wie vor Sprachgründen eine Identität von zehn Frans, von der Gründen, wenn sie keinen Schaftlerksgründen, sie gründen einfach nicht mehr zweimal an der Gründen, selbst sie ist nicht so populär. Das war ganz einfach zu erklären. Die franzäische Gemengenautoritäten, die hatten nicht die finanziellen Moyen für ihnen da zu geben. Die finanzielle Situation für viele Refugien war während der Guerre. Das war natürlich auch die Exilregierung, und die haben da gekauft, für ob sie nicht könnten irgendwie auch so kommen. Und am Juni 1940 konnten sie ein Kredit für 500.000 Fr. von der amerikanischen Croix-Rouge und auch Lebensmittel, Medikamente und Kleder, die sie dann in Revision verdient haben. Das war vielleicht nicht ganz viel, aber es war ein kleiner Hilf für die Probleme teilweise zu lesen. Es war doch interessant, dass das auch für sich gegen die Lützebüger, die ja immerhin zwei, sogar drei Monate durch Frankreich gelieft haben, um zu gucken, ob die Leiden irgendwie könnten einen Arbeitsplatz bekommen. zu kriegen. Und da wird zum Beispiel den Lützebüger Arbeitsminister de Pierre Créa, den hat da Kontakt mit dem Motiv-Schreffen der CGT, Französisch CGT, mit Léo Jouot, und die haben gekauft, um den Lützebüger Arbeits zu verschärfen. Und immerhin von 8.650 Demandeurs d'Emploi gründen da 6.842 Leute in der Beschäftigung in Frankreich, in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der französischen Verwaltung oder am Straßenbau. Ja, weil ich meine, ich kann ihn allgemein so, und er trotz allem von Sichtgenöster der Lützebüger Zivilbevölkerung so gut wie möglich entgehen zu kommen. Und sind auch an verschiedenen Städten, zum Beispiel zu Dijon, zu Mercos, und auch zu Montpellier, zum Zentrum des Refugees angerichtet, wo die Leute dann auch die GED-Ravitalien gekauft haben. Und wo auch ihnen geholfen ist, für die Familien zusammenzubringen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Präfektüre ganz oft zu lösen, auszuholen, für vermisste Meldungen und du hast auch geguckt, die für die Familien zusammenzubringen. Verschiedene von denen Nimm von Wirtschaften oder Städt, die es nur genannt hast, und das wird in einer Reihe leider auch bekannt für kommen. Weil das, klar, dass man am Süden eine ganze Reihe Strasse nimmt, oder Plätze nimmt, wo eigentlich Wirtschaften sind, wo die Leute dort in der Saal sind. Oder in Montpellier, in Montpellier, in Montpellier, in Montpellier, oder so weiter. Die Sachen, die finden in Hautnacht. Das sind natürlich Hautnacht, die Manage von dem, was die Zeit geschieht. Und das möchte ich auch nicht mehr, wenn ich bewusst ist, dass ich das gut abgeholt habe. Natürlich. Wie ist denn der Retour auf Lütze, wo sich der Schussendlich organisiert hat? Ja. Aber ja, weil so dann die ganze Frankreich-Feldsuche von den Preisen hat es schon in drei Wochen gedauert. Am 22. Juli, 1904, ist damals das vom Vichy-Regime ein Erschrieben mit den deutschen Militärautoritäten. Da hat es natürlich auch geguckt. Das Vichy-Regime war natürlich nicht interessiert für die Refugee in Bayerisch zu behalten. Und es hat natürlich geguckt, dass die Refugee nicht nur in Lützebüge, noch in anderen Ländern so schnell die Menschen könnten zurückkommen. Zum Beispiel, in Lützebüge war die Lützebüge der Ferner Lösch. Am 21. war die Demo mit Vichy verhandelt. für den rektransport von den Lützebüger Refugee. Da sind zwei Centres der Appartement angefordert gegen den 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 der den den Das war die Aufmerksamkeit für die Flüchtlinge in Frankreich. Das war die Aufmerksamkeit. Wir haben zusammen mit der Lützeböger Croix-Rouge seine Konvoi organisiert, zum Beispiel mit Autobussen. Die Lützeböger Refugie, die auch Benzinstickets gefunden haben, die waren noch zuständig für Benzinslieferungen für Privatautos. Die Leute, die die Privatautos in Frankreich waren, mussten auch Benzinkrähe für ihn zurückzukommen. Die französischen Autoritäten haben sich zur Verfügung gestellt, dass die Leute zurück nach Lützeböger kommen könnten. Das war nicht so einfach. In Lützeböger mussten sie an den französischen Gemengen für dich melden, um dort ein Zertifikat des Rappatriements zu kriegen. Wenn sie das haben, konnten sie gratis zubilieren, um auf Lützeböger zu kommen. Auch die, die mit dem Auto gefahren sind, mussten sich auf die Gemengen melden. Auch für die, die können auch so Zertifikat des Rappatriements, an denen werden sich gelöst, dass sie nur Benzinsbögen bekommen könnten. Danach auch nach verschiedenen Wirtschaften, wie zum Beispiel zu Lodew, zu Macon, zu Dijon, zu Metz, sind Lützeböger Informationsbüro installiert worden, für die Lützeböger Flüchtlinge dann auch Proviantkoten, Lebensmittel, aber auch Benzinkoten. Die ersten Lützeböger Flüchtlinge, die sind am 2. Juli zurück nach Lützeburg gekommen, aber die meisten, zig Matrifugien, die aus Südfrankreich kommen, sind am 1. August. Das heißt, die waren also praktisch drei Menschen im französischen Exil. Die sind also am 1. August zurückgekommen. Und die letzte Convoi, die haben wir im September, das waren die 350 Ritalateren von Macon, das war der allerletzte Convoi, den du auf Lützeburg zurückkommst. Und wie die Lützeböger zurück nach Lützeburg kommen sind, sind auch viele, die auch den französischen Autoritäten oder französischen Privatleuten Merci geschrieben haben. Ich finde, ich habe das schon viele gesagt, zum Beispiel die Tavonna von Chauffay, die Krüten durch Merci gesucht, für welche sie so gut abgeholt sind. Weil die Leute in Duhem auch kommen, wie ich vier durchschauffen, in verschiedenen Wirtschaften gesucht haben, das waren Wirtschaften, die teilweise zerstört, die waren ja bei den meisten, die waren sich, sie waren nur Mittler geklaut oder beschädigt. Das waren aber auch mal, das heißt, die Nählokratären dran. Das waren dann die, das muss man so geben, als entweder deutsche Lützeburger Kollaboratoren oder deutsche Leute, die sich da angeniesst hatten. Und es war auch nicht allzu viel schwer für die Lützeburger zu finden, besonders an der Stuhlindustrie, weil die Stuhlindustrie als von der deutsche Militär auf jeden Fall gebraucht ging, weil nämlich für die Lützeburger, äh, für die deutsche Armee, die natürlich Waffe produziert an der Arbeit, wird da natürlich auch markt geworden. um die ganze Woche ungefähr 45.000 Lützeburger sind bis Ende August, sind rappatriiert gewesen, mehr sind da wohl ungefähr 2.000 Refugien, die auch müssten in Frankreich bleiben. Und da dient, das waren Lützeburger, die zum Beispiel aus politischen Ursachen nicht mehr wollten auf Lützeburg kommen, die wirklich anti-deutsch waren. Und da waren nicht einfach auch Französischbücher, wir haben nur gesehen, dass man denen geschieht das, aber auch schädliche Flüchtlinge, die nicht mehr dürfen zurückkommen nach Lützeburg, respektive auch früher Spuren gekämpft haben. Das sind ungefähr die 2.000 Leute, die nicht mehr dürfen nach Lützeburg zurückkommen. Da können einen Aspekt dabei, ich werde immer noch nicht schwer tun, die Flucht, wie es du sie beschrieben hast, wo die Kriegsaktionen eigentlich den Ursprung sind. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch ein paar Leute, die eben aus politischen oder aus der Ursache, dass sie eben der jüdischen Kommunität aufgehören, eine Decision holen zu flüchten. Das ist auch so, dass dann zwingte mehr, oder den Elfte mehr, nicht mehr Leute aus dem Süden geflüchtet sind, aber auch die Leute aus der Stadt, und unter anderem über 1.000 jüdische Leute aus der Stadt auf Frankreich geflüchtet sind, wo du sie erinnern hast, wo sie wissen, welche Konsequenzen können sie von dem Holocaust in dem Moment noch nicht die Idee haben, dass sie eine Vernichtung noch nicht die Idee haben, dass sie aber klar sind, dass sich in einem Nazi-Regime die Situation extrem verschlechtert werden. Und in dem Moment natürlich auch eine Decision holen für über die Grenze, in dem Moment dann sich das Land, was Frankreich schon mit ist, fortzulassen. Ja, ich meine, wenn ihr zum Beispiel das Schicksal von jüdischen Flüchtlingen hört, das war ja so, denn Gustav Simon, die Gauleiter für Lützebüch, die nass ja am Ende Juli, jufang August, auf Lützebüch kommen, und den hat direkt den 9. August schon ein Dekret unterschrieben, wo gesorgt ging, dass die Gauleiter für Lützebücher Nationalität an die Franzosen nicht mehr zurück in Lützebüch kommen das war ja so ein klare Unterhaltung und das, was die Idee damals nach Frankreich in der Evakuation war. Was doch komisch, als ich meine, den Donnie Scooter hat das in einem Artikel in der Schlag, dass die Verwaltungs-Kommission gut nicht gegen die Moslein protestiert hat. Das heißt sie heute indirekt die Nürnberger Gesetze, die in Hitler ja 1935 zu Nürnberg verkündigt hat, die Anti-Jüdische Gesetze, die hat die Verwaltungs-Kommission also auch so akzeptiert. Das heißt, zu Lützebüch sind also fortan zwei verschiedene Kategorien Lützebücher gehen, das entdeckt werden Lützebücher-Area, die konnten also eine gewisse Protektion vom Staat, auch in der Dinge von den Deutschen, und da waren nicht die Lützebücher nicht eher, das waren also Juden, die also nicht mehr hohen dürfen zurück nach Lützebüch kommen. Aber ich weiß, dass im August 1945 waren um die 200 bis 300 Lützebücher Juden in Frankreich, die durch die Evakuation fortgegangen sind, zu Montpellier, zu Lodaf, zu Lodaf, zu Nianzfest, und noch zu Nice, und von denen eine Partie auf Visa gewährt. So die hätten die Exilregierung appelliert, für Visa zu kreieren, eventuell in USA oder in anderen Ländern fortzukommen, weil Frankreich auch kein sicherer Land war. Das war also Situation, die Juden, die da waren, die konnten zwar auch von der Lützebücher Croix-Rouge Lebensmittel und auch Lebensverfügung gestalten, konnten also geholfen. Mehr Situation wird sich zugespritzt, nämlich Anfang Oktober 1940, bei dem 4. Oktober, die französische Fischi-Regierung ein Dekret herausging, wo drei Stunden die Juden könnten an speziellen Körner hinternehmen. Ich denke, da besonders oben dran sind, weil wir noch eine ganz triste Memoier zurückbehalten. die Nase zu Gurs wird natürlich für die Lützebücher Juden, die die Dämonen nach Frankreich sollen, natürlich große Konsequenzen hätten. Und die Hinsicht dazu, kommt nicht näher. Ich weiß natürlich kurz nach Situation von den Juden nach Amarsch zu Lützebüch kurz nach einem Überblick darüber gehen, wenn man den Sinkern mit 40 Schulen nach ungefähr 2000 Juden die zu Lützebüch blieben sind. Lützebücher Juden und durch den 12. September feiert sich mit Gestapo die Verwaltungskommission informiert, dass alle guten Juden bis 26. September müssen den Plan verlassen. Sonst gibt es nur Osten der Tischen- und Konzentrationslern deportiert. Das ist aber nicht passiert. Das ist ein Drogengewicht. Ein Drogengewicht, ja. Der Funk und die Berge intervenieren bei der französischen Regierung, für dass Juden keinen Aufenthalt auf Frankreich könnte kriegen. Lützebücher Verwaltungs- Bundeskommission, die heute noch vor sich, ich habe schon schon gesagt, dass Juden könnten Transitviser kriegen für Spuren in Portugal und von dort aus könnten Richtung USA oder näher Länder kommen. Was richtig ist, dass das zwischen August und Oktober 1941 und Nazi nach Frankreich organisiert, die teilweise mit dem Bus und dem Zug ausgeführt sind. Darüber sind ungefähr 1600 Juden nach Frankreich gekommen. Aber ich muss Ihnen aber auch sagen, dass ungefähr 450 Juden aus Lützebüch die KV sind in Interneerungslärer in Frankreich und belg kommen. Und das kann ich vorstellen, dass alles extra fein ist. nach 100% Beleger hat alle guten Neu an die deutsche Konzentrationslärerin überfeiert. Das ist die Situation der Juden. Eine kurze Summe. Flucht für verschiedene Garantie können überleben. Das geht nicht durch, dass sie bis auf Frankreich gekommen sind, dass sie eine Überlebenschance haben. aus Europa rausfallen werden einen großen Teil gepackt. Das sind 455 Juden aus Lützebüch, die über Frankreich oder über Belgische an den Osten deportiert gesehen. Ein anderes Beispiel sind Spöne-Kämpfer, die auch Interesse hatten, so sehr wie möglich aus dem Land rauszukommen? Ja. Ich meine, da muss ich schon kurz ein Wurzeln zu Lützebüch angefallen sehen. Die Lützebücher Spöne-Kämpfe waren die internationalen Brigaden gegen Frankotruppen gegen gekämpft. Da war das so, dass die ausländischen Spöne-Kämpfer, ich denke, behaupte ich, die italienischen Spöne-Kämpfer, wie die internationale Brigade 1939 den Krieg verlor hatte gegen Frankreich, da sind die ausländischen Spöne-Kämpfer, die nicht mehr nach Lützebüch zurückkommen. Das war also die Lützebücher Regierungen, die das Dissidäer tun, nämlich die die kommunistische Umtriebe gefordert sind. Die sind also nicht miragelös, die ausländischen, gut verstanden. Und wie diese Verspönen an Frankreich, an Südfrankreich gezogen sind, die Berge sind die meisten von hin zu Gurs sind sie internäiert gehen, da sind Lehrer südlich Frankreich oder auch zu Algele-sur-Mer, sind sie internäiert gehen, da sind sie ganz traurige Schicksale von denen gewirkt, weil wie ganz Frankreich 1942 also zu non-Occupé von den Deutschen auch besagt gehen durch französische Fischie-Police die Leute und die deutsche Autoritäten ausgeliefert und von denen kommen in Gansbach die auch nach Dachau und Dachau an der Bauschwitz. Wenn dort die Situation am Krieg selber aufbelangt, da muss ich sagen, dass die Lötzebüger die italienischen Antifaschisten die gehen schon von August 40, das ist praktisch direkt von den Gauleiter Möcht, die wir holen zu Lötzebüch schon festgehalten. Und die gehen dann den italienischen Faschisten durch Mussolini in Italien die gehen der Faschisten schon umbrennen über Ginn und fangen einer feiern sich. Von denen gehen schon eine ganze Partie auf der Insel wenn die Insel nicht weit von Nebel gehen sie näher. Das sind also Situationen von den ausländischen Antifaschisten. das war doch vielleicht so, dass die Preise kommen sind da der Gestapo löscht Antennen gefällt sind die von der Lützebücher Polizei abgestaltet sind die also den Preisen Antennen gefällt sind alle guten Leute die wegen kommunistischen Umtrieben zu führen sind die fischert gehen an die Firma Polizei die haben Lüchten gefällt und das hat die Lützebäuer Regierung heute schon lange verantwortet und Henri schreibt das wie das ging so schnell direkt von August 42 festgehalten sind und dann festgehalten sind weil die Lützebäuer die Lüchten hatten die Lützebäuer auch aufgrund der Lüchten die Lüchten sind am November 40 auch von der Gestapo festgehalten eben auch abgrund von den Lüchten den ich ernehmte von ich dem Harry Werkel sich zu zitieren dann kann ich sagen 42 Spänekämpfe sich von der Gestapo verhaft gehen und von Italien sind an Konzentrationslern gestorben die meist von den Leuten die sprich die internäher waren zu Dachau für den zwei letzten Kapitel über die Evakuation oder Flucht hat verschiedene Leute lieber geraten jetzt sind Plätze die nicht aus der Evakuation rum kommen die auf Frankreich blieben oder probierten an zum Bespiel von Hubert Clement den Direktor vom Tageblatt der von der Nationalsozialisten der wirklich engagierte Kampf gegen Nazi gefordert hat die Deutschland vor Belgien keine Chance zu überleben wenn sie rum kommen werden über Clement erst nicht rum kommen und das ist ähnlich bei Spanien kämpfen ähnlich wir können auf der Seite die Schicksale von einzelnen jüdischen Familien die trotzdem dort sind mit sichern und die Flucht aus einer ganzen Reihe Fälle nicht nur Schutz für Kampfhandlungen sondern auch für politische Verfolgung Du hast den Punkt wo man relativ einfach kann machen ob Situationen von Haut gehen nicht an Parallelen zu Flüchtlingssituationen und welches ist du denn? Ja ich gehe ganz klar die Parallelen wenn ich habe nach dem 21. Jahrhundert hatte man drei größere konflikten in Mittleren Norge 2001 der konflikt in Afghanistan nach dem und Amerika und die nach 2001 kam aus dem Iran Irak 2003 und 2001 war ein Konflikt aus Syrien nach und da kann ich wohl Parallelen sagen gerade so wie Haut waren nach dem mal sind Leute geflüchtet für 44 und den Kampf Aktionen an Sicherheit zu bringen da gibt auf jeden Fall Parallelen auch was dort wurde von Flüchtlingen die Lützebüger Flüchtlinge sind damals an Frankreich oder zu Lützebüger bei Privatleid leben Millionen Flüchtlinge an der Türkei und Libanon und ich schätze von den Flüchtlingen die durch politische Evenementen geflüchtet sind nicht von den Wirtschaftsflüchtlingen die auch nach nach Europa zu kommen ich schätze von den politischen Flüchtlingen die in Turkei wie Libanon wie Jordanien die nach Griechen nach Deutschland Frankreich kommen und schmengen wohl in Parallellen nach 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 Da kann ich gut verstehen, wer die Leute, die Hauptflüchtlinge sind, was die alles müssen wir tun. Die können nicht die Menschlichkeit, wie die Lützebäuer sie damals in Frankreich hätten, schaffen zu gehen, sich zu tun und zu verdingen. Sie können nicht die Hilfe von ihren Regierungen, die die Lützebäuer damals von der Lützebäuer Regierung kriegt, und die Situation von den Lützebäuer Flüchtlingen damals oder Deelsmatt machen müssen, als noch relativ gut gewesen wäre. Natürlich, das KND will Flüchtlingen geben, aber in dem Strich war es eine relativ große Akzeptanz auf der einen Seite und eine relativ große Unterstützung auf der anderen Seite. Ja, ich meine schon lange, wenn ich in Lützebäuer waren, wenn man so zwei, drei Männer als Refugee, in Frankreich, wenn sie vier waren, und dann hat man halt die Situation schon seit zehn Jahren über zehn Jahre, wenn man so einen Diffusierungen hat, wo den Konflikt globalen zehn Jahre dauert, die dann an den Flüchtlingsländern sitzen. Aber es sind da ja auch verschieden, die dann auf legal oder halblich illegal werden, wenn Europa kommt. Und wenn sie, oder die, die dann mal ein Visakruten oder ein Statut vom Refugee gruten, die haben natürlich eine Chance, die können dann mal wenigstens bis in Europa kommen. Aber wenn sie dann in Europa sind, holen sie eventuell auch eine Aussicht für einen Arbeitsplatz zu finden. Ja, mit einer Wiescher sagt, was andere Messages, die das Museum eigentlich auch ganz stark vertritt, müssen wir uns bewusst sein, dass auch Lützebäuer, dem Mal, wenn sie den 10.11. und 12. Mai hier zwei Wallis geholt haben, an Fortgängen sind, zu dem Moment nicht konnte wissen, wie lange sie fort werden. Dass nur zwei Menschen die Situation sich so berauscht haben, dass sie den Kindern zurückkommen könnten. Das war aus dem Moment, wo sie fortgegangen sind. Es hätte auch können sein, dass es sich ängstlich entwickeln, und dass aus Lützebäuer und als Europäer, die im Moment Langzeitflüchtlinge gesehen sind, die irgendwo an der Welt gelandet sind. Aber die jüdische Familien nicht mehr da. Man hat jüdische Familien, die aus Syrien abgeholt haben. Man hat jüdische Familien, die zu Singapur abgeholt haben. Das ist eine Situation, die auf diese Weise eigentlich nicht anders ist. Es ist eine Frau, die sich eigentlich stellen muss, für welche Mehrheit als Europäer so ein großes Problem für Flüchtlinge abzuholen. Besonders wenn man sich an der Optik überlegt, dass ein großer Teil von Lützebäuer, wenn es nicht die D-Zeit Lützebäuer ja schon waren, oder die Vierfern, wenn die D-Zeit Lützebäuer waren, dass als echte Familie Flüchtlinge wären. Mein Papa ist Flüchtling gewesen. Auch wenn man nicht mehr bis an Tessler geflüchtet hat, aber das ist gewesen. Und ich denke, dass die Dekonscience eigentlich, besonders bei Leuten, die sich halt gegen Flüchtlinge sprechen, weil die Flüchtlinge nicht wollen akzeptieren, dass die Dekonscience dann fehlt, was aber eigentlich nicht problematisch ist. Weil wen er trifft, wenn er sich in einem Strich nicht etwas rausfällt, wenn er in einer Situation ist, wo er muss, oder wo er mehr sicher für seine Familie zu flüchten, dann möchte ich natürlich denken, dass er in dem Sinne auch ein Europäer, wenn er an die Situation kommt, dass man dieselbe Decisionen trifft, wie damals die Lützebäuer Leute getroffen haben, an einer Situation von einer Kriseaktion. Aber wir haben ganz viele Leute zu treffen, an Syrien oder Wanderplätzen in der Welt, wo entweder Krise oder politische Verfolgung den Alltag durchbestimmt. Ja, ich meine, dafür ist es wichtig, auch in der Aufgabe von Historiker, viel propagierbar zu machen, dass er sich mal um sein Vergangenheit nicht erinnert soll. Und ich meine, wenn er sein Vergangenheit hängt, wenn er ihn kennt, dann versteht er vielleicht auch besser die Aktualität und auch besonders die Leute, die bei Jays Refuge sind. Herr Schoffmann, ich danke für eine interessante Filtre. Ja, ich danke.